Das hätten wir ja auch noch schnell machen können. Was? Spot the developer in the opening cutscene of Gravemind on Legendary in Classic Mode? Was heißt das denn? So, Marco, jetzt seh mal zu. Ist schon wieder viertel nach zwölf. Das bringt doch schon wieder gar nichts hier, irgendwas großartig anzufangen. Mein Freund und Kupferstecher. Ja. 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 Weißt du welches Achievement wir vergessen haben in Metropolis? Ja. Shoot the soccer ball. Warum? Ja. 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 Ach so. Ja. 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 Am 4.12. gespielt? Ja, muss ja, ne? Oder? Nee. Am 4.11. Okay. Naja, am 4.11. haben wir noch nicht Halo gespielt. Ja? So, easy durch. Das Geräne sieht so bescheuert aus. Wupp. Also du meinst, die Sachen müsste ich mir alle mal auf YouTube angucken, ja? Hör die Flasflöte! 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 Oh! Hör die Flasflöte! Was hattest du bei mir? 237. Dann war das irgendwie verbuggt, weil er hatte zu mir halt auch gesagt, dass ich zum Beispiel Halo 2 noch überholt. Ja, im Spiel, da bin ich halt irgendwie in die... Ich fahr hier mit den Optionen, war ich hier drin und hab eben mal ein bisschen geguckt, so. Ja, da ist es besser, ne? Ja, da sind schon Ewigkeiten. Ich bin falsch hier, glaube ich, ne? Kann das sein? Wo seid ihr denn? Ach, da ist die Action. So. Speedrun. Ja, so, irgendwie bin ich ein bisschen verschnuppt oder so. Ich, äh, irgendwie, weiß ich nicht. Ich hab mir das Gefühl, als würde ich, äh, mir irgendwas aufgesackt haben oder so. So. Ist nicht gut. Did something just hit us? So, hier rein. Jetzt können wir uns auch schneller auf das Oberschild schnauern. Oh! Halt deine Kopfschmerzen! Es gibt jetzt zwei von uns hier, weißt du? Was? Oh! So, ich stehe nicht im Weg! Meine Güte! Lasst aber wirklich mal versuchen im nächsten Level da die ganzen... die... drei Dinger da... ... die drei Belgeschieße abzuschießen. Das Problem ist halt nur, da haben wir keine vernünftigen Waffen, ne? Meine Pistole? Was? Hm. Oh, ich bin gestorben. Das war eine Granate. Aber dann können wir nicht die Playlists wiederholen hier. Also, beziehungsweise spielen. Du kannst in der Playlist, kannst du auch nicht die Achso. Ah, okay. Ja. Was? Nein. Ich hätte jetzt zum Beispiel Bock, dass ich dann irgendwie, wenn du eh Urlaub hast oder so, nächste Woche, dass man das irgendwie nochmal so tagsüber addatlen kann, weißt du? Kann ich mich hier mal ein bisschen aufdrehen. Ja. Was? Das kommt mir so vor, als hätte man dieses Level heute schon mal abgespielt. Jetzt echt ohne Scheiß. Ja. Das ist keine Einbildung. Nee. Uh. Ja, auf normal schon, ne? War das im Speedrun nicht gemacht? Oder war das auf easy? Nee, Speedrun war auf normal, ne? War das easy sogar? Achso. Äh, hier waren wir schon? Nee. Wo ist denn wir jetzt? Du bist da unten? Nee. Das ist ein AI-Typ. Ja, hier ist noch ein Elite, den ich, äh, fertig machen könnte. Jetzt ist er auf weg. So. Halo 5, weißt du? Ich denke, die ganze Zeit hier, man kann hier, äh, wenn man da nicht ganz hochkommt, dass man da nochmal einen Double Jump machen kann. Und dass man sich da irgendwie ranklettert oder so, ran, ranhängt. Aber das geht natürlich nicht. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wo du bist. Äh. Hier überall, wo die ganzen Leichen liegen. Hä. Ah, ich glaube, jetzt sehe ich mich auf dem Radar hier, ja, 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 ich bin auf dem Weg. So. Warnung, Blast-Door ist abend. Wir müssen den Schiffen-Maintenungs-Axis-Wählen nutzen. Folle den Nav-Poinen, das führt euch zu einer Öffnung. Wie. Warnung, Blast-Door ist abend. Warnung, blast-Door ist abend. Hey. Das ist so. Es sieht so aus wie der Covenant wollte dich nacken. Feuertür. Feuertür. Sag bloß du hast dich verlaufen gerade. Hier kriegt man ja Medaillen ohne Ende, ne? Wenn man hier einfach nur rum durchheizt, dann ploppt das hier auf bei mir ohne Ende. Steh nicht im Weg, Mom. Meine Güte.